Hi, grüßt euch. Ein perfekter Frühlingstag heute. Sonntag, wir haben 14 Grad ungefähr, mal mehr, mal weniger Sonne satt. Der Wald ist richtig schön, an vielen Stellen sieht man auch schon, wie der Frühling kommt. Ich zeige euch gleich ein paar Blümchen, die schon blühen. Also beste Voraussetzungen, um mal rauszugehen, empfehle ich euch genauso. Und wenn ihr Lust habt, kommt ein paar Minuten mit mir mit. Bis gleich. Musik 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 Musik